Auf meinem Tisch steht hier die Barista Touch Impress von Sage und ich glaube, das könnte die Top-Empfehlung werden für jeden, der eine Siebträgermaschine kaufen möchte, ohne gleich ein neues Hobby anzufangen. Warum, wieso, weshalb diese Maschine das könnte, werde ich euch jetzt erklären. Sage hat echt einiges an Maschinen und viele Freunde von mir haben die Barista Express, heißt sie, meine ich. Auch mit Mahlwerk, allerdings mit Temper, den man hier rausziehen kann und dann ganz klassisch einen Kaffee tempen kann. Die haben echt super Erfahrung gemacht, Preis-Leistung echt gut. Die Maschine soll jetzt allerdings noch mal einen draufsetzen und zwar soll es noch einfacher werden. Hier soll alles automatisch passieren, ohne dass es automatisch passiert. Im Endeffekt haben wir hier Sage-typisch das Mahlwerk mit Siebträger und jetzt geht es aber los, denn hier sind einige Änderungen. Deswegen will ich die Maschine einmal ganz kurz erklären oder beschreiben, was wir hier haben. Also wir haben ein neues Gehäuse, wieder super fest, ohne extrem schwer zu sein, was ich ganz cool finde. Wir haben den Hopper, 340 Gramm passend rein. Das Mahlwerk, was drin ist, ist ein Baratza-Mahlwerk. Die erste Maschine, die das hat, das heißt auch hier können im Vergleich zu den Vorgängermaschinen, Light Roast-Bohnen ganz gut gemahlen werden. Ein paar YouTuber haben den Vorgänger ohne Touch-Display vorgestellt und da war das Problem, dass Light Roasts das Mahlwerk so ein bisschen ans Limit getrieben haben, weil Light Roasts, hellgeröstete Bohnen sind härter, da muss das Mahlwerk ein bisschen mehr arbeiten. Hier habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt, das hat echt richtig gut funktioniert. Das Touch-Display, mehr gibt es hier vorne nicht, außer den Ein- und Ausschalter, wo wir einfach hier swipen können und uns unser Getränk aussuchen können, im Standard-Menü. Klar, hier oben sind noch die Einstellungen. Wir haben hinten den Wassertank, der fasst zwei Liter und der hat, wie üblich, hat mittlerweile jede Maschine hier so einen Wasserfilter drin. Sage Klassiker, das ist der Drip-Tray mit der dahinter befindlichen Storage-Schublade für das ganze Zubehör. Wir haben hier drin zum Beispiel einmal diese Bürste hier zum Saubermachen. Wir haben hier das, ja kein Blindsieb, aber den Einsatz, um ein Blindsieb zu machen, um die Maschine zu säubern. Wir haben das Sieb für den Kleinen, für den Einerbezug drin. Wir haben Reinigungstabletten drin, wir haben sogar eine Nadel drin, um verstopfte Löcher im Sieb frei zu stechen. Und wir haben noch den Sage Razor da drin, was es damit aussieht. Ich komme gleich noch zu. Die lässt sich hier schön verstauen, ohne dass man den ganzen Krempel rumliegen hat. Daumen hoch dafür. Die Siebträger haben 54 Millimeter Durchmesser und Kaffeerest. Jetzt könnte man sagen, das sind die Kleinen. Ja, sind es, aber zum einen ist das Ding trotzdem sehr massiv und die Maschine ist nun mal ausgelegt auf diese kleineren Siebträger. Und dadurch, dass der Durchmesser kleiner ist, sind die scheinbar ein bisschen tiefer, weil hier passen locker 19 Gramm rein. Klappt hervorragend. Wovon ich natürlich abraten möchte, sind diese Doppelboden-Doppelwand-Siebe, die mit dabei sind. Ich weiß nicht wofür, beziehungsweise in dem Fall weiß ich schon wofür, aber lasst sie einfach im Karton nicht benutzen. Ganz normale Siebe, da wo man letztendlich auch, wenn man unten gegenguckt, ich habe es nicht sauber. So, also Sieb ganz normal und wenn wir es umdrehen, sehen wir hier auch alle Löcher und nicht wie bei dem Doppelwand-Sieb nur so angedeutete Löcher und ein Loch, wo dann der Kaffee rauskommt. Also benutzt bitte dieses hier. Ich empfehle auch das Doppelsieb, also das Sieb für den doppelten Espresso. Aber das Einer-Sieb geht natürlich auch. Wir haben auch hier eine Heißwasserdüse für Americano und oder Tee. Das ist auch hervorragend, das passiert auch vollautomatisch. Wir haben die Dampflanze, die mit dem Temperatursensor hier versehen ist. Das bedeutet, der vollautomatische Milchaufschäumprozess ist sogar temperaturgesteuert. Also da muss man fast gar nichts machen. Man kann allerdings auch, wenn man das Ding nach oben zieht, manuell schäumen. Was ebenfalls mit in der Maschine ist, ist das Milk-System. Milk mit Kuh natürlich. Man kann aussuchen Kuhmilch, Sojamilch, Hafermilch und Mandelmilch, glaube ich. Also Alternativen. Dementsprechend schäumt die Maschine die Milch anders auf. Nicht so heiß, was auch immer. Jeder weiß, man muss sich anpassen, wenn man jetzt auf einmal mit Hafermilch schäumt. Die Maschine nimmt das an, was man dort eingibt und schäumt entsprechend auf und macht es einfach, wenn man keine Kuhmilch trinkt. Super. Top Sache. Die Besonderheit hier ist versteckt hinter dieser silbernen Kappe. Da ist, wenn man diesen Hebel runterdrückt, sieht man den Temper, wie der runterklappt und nach unten fährt. Der fährt nicht einfach nur nach unten, sondern der misst, wie viel Gegendruck der Kaffee dem Temper entgegendrückt, sagen wir mal so. Das heißt, wenn wir drücken, wird gemessen, so wie stark muss ich denn drücken oder wie stark drücke ich denn? Und daran kann die Maschine erkennen, ist zu viel Kaffee oder ist zu wenig Kaffee drin? Das ist die Funktion, die es wirklich sowas von... Das Mikrofon? Das ist die Funktion, die es wirklich sowas von idiotensicher macht, denn einmal eingestellt kann hier jeder dran und dadurch, dass man selber nichts mehr aktiv verändern muss oder machen muss, kann man wirklich per Knopf drucken. Ich habe das Gerät getestet, ich habe mich komplett dumm gestellt und so getan, als ob ich noch nie einen Kaffee aus einer Siebträgermaschine gezogen hätte und habe mich leiten lassen. Denn dieses Display zeigt, wenn man das zum ersten Mal anschaltet, das Gerät, wirklich eine Assistant Introduction, eine ich führe dich zum ersten Kaffee Menü Guide. Da steht alles. Man muss nichts irgendwie selber machen. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Kurz noch zur Hitze. Ich schalte die an und gefühlt drei Sekunden später kann ich loslegen. Hier ist das Thermojet System drin. Was da auch im Detail hinter steckt, will ich gar nicht wissen. Interessiert auch nicht denjenigen oder diejenige, der sich diese Maschine als Einsteiger kauft. Es ist nun mal so, dass der erste Schritt mit der eigenen Siebträgermaschine, der ist das sogenannte Dialing in, das Einmalen, Einstellen der Mühle, der Maschine, des Bezuges, alles was dazu gehört, um eben ein Espresso aus der Maschine rauszubekommen. Das übernimmt die Maschine für uns und nennt sich intelligente Extraktion. Das heißt, im Menü können wir auch nach einem Bodenwechsel hinterher diesen Punkt aussuchen und wir werden wieder erneut da durchgeführt, weil mit jedem Bodenwechsel muss natürlich auch ein bisschen was umgestellt werden. Der Mahlgrad, vielleicht ein bisschen die Menge mehr, weniger, was auch immer. Und dabei hilft uns die Maschine, wenn wir das selber noch gar nicht wissen, gar nicht kennen. Wir haben keinen Bezug zu Kaffee. Es ist kein Hobby von uns. Wir trinken gerne welchen, aber das war's. Von daher, das übernimmt jetzt die Maschine und das sieht so aus. Wenn wir die intelligente Extraktion ausgewählt haben oder eben die Maschine als erstes gestartet haben, sagt uns die Maschine erstmal, was wir alles brauchen. So, das zeigt sie uns im Display an, können das lesen, sehen das, eventuell besorgen wir es noch, wenn wir es nicht vorliegen haben. Und dann können wir den ganzen Schritt starten, indem wir auf Weiter klicken. Erster Step oder erste Frage, was für Kaffee haben wir hier? Ist der Kaffee älter? Ist der neuer? In dem Fall wird sogar gefragt, ist er älter als 30 Tage oder eben nicht? Das Ding ist, anhand dessen, was wir dort anklicken, sagt uns die Maschine. Bitte benutzt den Doppelbodensiebträger oder das Doppelbodensieb oder das normale Sieb. Hier würde ich dann noch ein Veto einlegen. Lass dieses Doppelbodensieb bitte in dem Karton. Das ist für älteren Kaffee, der nicht mehr eine so ganz gute Extraktion bietet, vielleicht ganz okay, weil man da so ein bisschen trickst. Aber letztendlich hat man da auch nichts gewonnen. Und wer so eine Maschine hat, da hoffe ich auch, dass entsprechend frischer Kaffee gekauft wird. Von daher klickt hier gerne an. Ihr habt den frischen Kaffee, nimmt das normale Sieb und klickt auf Weiter. Dann sagt uns die Maschine, sollen wir den Malgrad einmal so lassen, wie er ist oder aber auf 15 Stellen. 15 ist die Mitte. Nun sollen wir malen. Das heißt, wir nehmen den Siebträger, fügen ihn in diese Gabel ein unter der Mühle und drücken das Bild im Display. Die Mühle malt nun. Das dauert ungefähr 15 bis 20 Sekunden. Es ist nicht die schnellste Mühle, ist aber auch im Endeffekt egal. Es ist eine Maschine für zu Hause. Da ist es gar nicht so nötig, dass wir hier High Speed Grinding haben und in vier Sekunden das Ding voll ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den wir hier, also den ich so noch nie erlebt habe. Wie gesagt, der Vorgänger hat es schon, aber hier ist es eigentlich ein bisschen anders dadurch, dass wir ein Display hier haben. Der Siebträger steckt hier drin und wir drücken jetzt einmal runter und sehen dann im Display, ist die Kaffeemenge zu viel, zu wenig oder genau richtig. Bei mir war es so, es war natürlich erst mal zu wenig. Das heißt, ich klicke noch mal auf das Bild und die Mühle hat aber ungefähr gemerkt, wie viel zu wenig war und malt nur noch ein bisschen nach. Dann wird noch mal gedrückt. Ich musste tatsächlich noch ein zweites Mal nachmalen. Dann hat aber alles funktioniert und gepasst und der grüne Haken hat mir gesagt, ready to go. Sollte es sein, dass wir zu viel da drin haben, würde hier drinstehen, überdosiert. Und jetzt kommt dieser sogenannte Sage Razor ins Spiel. Diese propellerartige, rasierklingenartige Scheibe, die ist dafür da, auf den Siebträger gesetzt zu werden und dann kann man sie drehen und so den Kaffee lockern und ein bisschen abschütten. Man könnte jetzt auch sagen, man kann auch einen Löffel nehmen oder irgendwas anderes. Das Ding ist, das kommt hier raus und ist schon gepresst und dann ist es natürlich besser, wenn man das Ganze gleichmäßig abnimmt, als mit dem Löffel irgendwo rum zu poolen. Ich habe das Ding erst belächelt, aber mittlerweile sage ich, es ist für den Anfänger und da geht es nicht unbedingt direkt darum, die perfekte Puck Preparation hier zu machen. Probiert es, nimmt was raus, schiebt es noch mal rein, drückt runter und wenn er dann sagt, es passt, dann geht es weiter. Wenn er sagt, jetzt ist zu wenig, dann wird er aber selber noch ein bisschen nachmalen. Also ausprobieren. Das Ding kommt raus, fix und fertig. Sofort hier in die Brühgruppe ein und drücken auf den Kaffeebezug und die Maschine merkt auch hier eigenständig, was passiert ist. Bei mir war es am Anfang natürlich so, dass mit Stufe 15 in der Mitte das zu grob war. Das heißt, der Kaffee lief viel zu schnell durch und das sagt die Maschine mir. Die Maschine hat gesagt, zu schnell, der Kaffee könnte wässrig schmecken. Aber jetzt das Entscheidende, was ich ganz cool finde, schmeckt dir der Kaffee so oder wollen wir weitermachen? Denn wenn jemand seinen Kaffee so mag, dann bitteschön. Das ist also auch in den Barista Workshops immer so das Credo und die goldene Regel. Wenn es schmeckt, dann stimmt es, dann ist alles richtig und dann geht es so weiter. Mir hat es nicht geschmeckt tatsächlich und ich habe es noch mal gemacht. Der ganze Prozess lief noch mal durch. Er hat mir sogar gesagt, bitte stell den Mahlgrad runter, auf einen niedrigeren Wert und das Ganze ging noch mal von vorne los. Und nach zwei, drei Shots hat es dann funktioniert. Ich hatte meinen Espresso wirklich im Glas super lecker. Perfekte Menge, perfekte Zeit. Das Witzige war, die Maschine hat es dann noch mal quittiert damit, dass sie ab sofort Kaffee in Barista Qualität produziert oder liefert. Das fand ich sehr lustig, aber ich war fertig und jetzt kann hier jener in der Küche diese Maschine bedienen. Auch jemand, der noch nie vorher an einer Siebträgermaschine gestanden hat. Das ist für mich auf jeden Fall versprechend gehalten von dieser Maschine hier. Daumen hoch. Jetzt haben wir noch dieses Milk Aufschäumsystem und ich wollte ganz gerne ein Flat White. Also das Gleiche jetzt mal nicht in dieser intelligenten Extraktionsmenüführung, sondern mal aus dem Menü heraus. Ja, ich habe hier mir den Flat White ausgesucht und kriege dann angezeigt. Links ausgegraute Siebträger Grafik, weil der Siebträger steckt halt noch nicht dort, wo er ist. Das heißt, wenn wir den da reinfügen, dann wird er aktiv und wir können auswählen, ob wir erst noch was verstellen wollen oder aber wir können direkt malen. Dann das gleiche wieder, den Hebel drücken, schauen, was passiert. Denn es kann ja auch sein, dass irgendwie durch Wetter, durch Klima oder so die Bohnen sich verändern und wir brauchen ein bisschen mehr oder weniger Kaffee beziehungsweise feiner oder gröber. Das würde die Mühle mir dann sagen. Alles in allem haben wir das ja gerade schon mal einmal gesehen. Das heißt, wir können direkt zu dem Milchaufschäumen springen und da haben wir hier die Möglichkeiten, drei Parameter zu ändern unter dieser Milchgrafik. Wir können zum einen die Temperatur ändern, wir können die Schaumdicke, Stufe, was auch immer ändern und wir können definieren, was für ein Getränk haben wir überhaupt. Haben wir Kuhmilch, haben wir Haferdrinks, haben wir Sojadrinks. Da bin ich persönlich eher bei 60 Grad und circa bei Stufe 4. Ist nicht ganz so fest, aber ist auch nicht ganz so flüssig. Das war bei der Oracle Touch, die ich mal vor zwei Jahren oder drei Jahren getestet habe, so. Da war die Stufe 2 perfekt zum Latteart gießen und für Cappuccino und sowas alles. Hier war es zu dünn tatsächlich und ich bin dann bei Stufe 4 gelandet. Hat funktioniert. Das Schöne ist, ich habe, wie eben schon mal gesagt, die Möglichkeit, wenn ich diesen Dampfhahn hochziehe, manuell zu schäumen. Die Kanne kommt auch mit. Also ich kann hier ganz normal machen oder aber stelle sie hier hin und lasse die Kanne auch hier auf diesem Temperatursensor stehen. Das heißt, die Maschine zeigt mir auch an, wie heiß ist die Milch zu jedem Zeitpunkt, inklusive dem Stopp, der da passiert. Das heißt, ich habe meine Grad auf 65 eingestellt, stoppt das Ganze und ich kann die Milch entnehmen. Schön ist, wenn ich diesen Hahn wieder runterdrücke, wird mir angezeigt, Achtung heiß, denn wird automatisch gespült. Das heißt, da kommt Wasser raus, ich gehe mit dem Lappen nochmal drüber und habe automatisch den Dampfhahn sauber und dann geht es los. Ich habe meine Milch, ich habe meinen Kaffee und ich kann mit meinen Latteart dreiköpfigen Hund und fertig. Und das kann auch wieder jeder. Selbst wenn ich natürlich keine Latteart kann, ich kann ja trotzdem die Milch da reinschütten, weil es soll ja schmecken und nicht nur gut aussehen. Im Endeffekt war es das auch schon heruntergebrochen auf das Wesentliche, weil das sind die Sachen, die fragt sich jemand, der sagt, ich möchte eine Siebträgermaschine haben, ich habe keine Ahnung. Die Leute, die sich für diesen Kauf entscheiden einer Siebträgermaschine, die überlegen nicht, wie ist denn die Brew Ratio, wie ist denn die Puckpräparation, bevor ich dann tempe, wie ist denn, ist da ein konisches oder ein Scheibenmalwerk drin, wie viel Millimeter Durchmesser hat denn der Siebträger. Da sind wir schon im Bereich des Specialty Coffee Enthusiasmus, um es mal so zu beschreiben. Viele, die den Kanal hier gucken, sind das, ist mir schon klar, aber viele auch nicht. Und viele, die eben nicht wissen, was eine Brew Ratio ist oder was ein konisches oder ein Scheibenmalwerk für Eigenschaften hat. Ja, für die ist so eine Maschine perfekt, weil ich kriege alles gesagt, was ich zu tun habe und es schmeckt am Ende. Und das ist echt, das ich finde es richtig, richtig cool. Und ich freue mich, dass ich sie jetzt ein bisschen testen darf. Habe ich übrigens noch gar nicht gesagt. Sage hat mir diese Maschine zum Testen zukommen lassen mit der Bitte, die ehrlich zu testen und ein Review zu machen, was ich von dieser Maschine halte. Ohne Vorgabe, ohne alles. Da habe ich mich bedankt, weil das ist das, was ich gerne mag und sowas freut mich immer, wenn ein Unternehmen sagt, ey, wir wollen ganz gerne, dass du deine Meinung kundtust. Tu ich hier. Und ich habe noch noch nicht viel gefunden, was ich Negatives sagen kann. Es kommt jetzt was, aber das ist nicht viel. Es sind zwei, drei Sachen. Ich habe zweimal Puck-Präparation, Pack-Preparation, was auch immer genannt. Was ist das? Wenn ich einen Siebträger in die Mühle halte und ziehe ihn raus, dann habe ich einen Haufen. Ja, da kommt keine glatte Oberfläche raus, sondern da ist so ein Kaffee. Und das ist dann ein Punkt, der dem Wasser einen unterschiedlichen Widerstand bietet. Das heißt, in der Mitte, da wo es richtig viel Kaffeepulver ist, ist eben mehr Widerstand. Das heißt, das Wasser läuft da eher weniger rum und mehr außen, weil da einfach weniger Kaffee ist, was dem Widerstand bietet. Ja, da kann man jetzt natürlich hergehen. Wenn man eine normale Mühle hat, dann klopft man leicht dagegen. Man verteilt das mit dem Finger und tempt es dann und man ist gleichmäßig unterwegs. Hier haben wir es nicht. Hier haben wir, man sieht das hier, wenn man das abnimmt, wenn der Kaffee da runterfällt, dass dann dort dieser kleine Haufen zu sehen ist. Und wenn ich dann diesen Hebel runterdrücke, wird einfach drauf gedrückt. So. Aber wir sind hier im Bereich der letzten paar Prozent der Kaffeeoptimierung. So. Und wenn man bedenkt, dass die meisten Leute immer noch ein Vollautomat haben oder auch beim Filter Kaffee kochend heißes Wasser über den Kaffee schütten, dann ist es glaube ich erst mal erst mal das kleinere Öl. Man kann das umgehen. Es gibt so einen Aufsatz, der für, ich glaube für verschiedene Mühlen ist es eine Art Adapter. Den setzt man hier drauf, verlängert das sozusagen und dann kann man das hier einführen und dann mit dem Trichter rausholen. Denn wenn man es so rausholen will, schiebt diese Kante, diesen ganzen Kaffeehügel einfach weg und der liegt dann dort unten rum. Das kann man umgehen, wenn man diesen Trichter hat und alles ist hier unten, dann ist sozusagen dieser Hügel in diesem Trichter noch mit drin. Den gibt es auch als 3D-Druckmodell. Ich verlinke den mal unten. Ich habe den eben erst gefunden und noch nicht ausgedruckt. Mache ich und schreibe das als Kommentar noch danach, ob das funktioniert hat. Das wäre einfach total simpel, um dieses Problem zu umgehen. Ein weiteres Problem oder ein Kontrapunkt wäre, man kann nicht so ohne weiteres die Menge definieren. Das heißt, wenn ich hier drücke, dann sagt mir das Ding jetzt, es ist nichts drin, es muss mehr rein. Okay. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte aber eher ein bisschen weniger drin haben oder ich möchte ein bisschen mehr drin haben, habe ich keine Möglichkeit, das mithilfe dieses automatischen Erkennens zu definieren. Das bedeutet, ich muss die Automatik ausschalten und muss über die Zeit gehen. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, Mühle, du malst jetzt 17 Sekunden, dann kriege ich vielleicht meine 16 Gramm, weil ich will 16 Gramm oder 17 Gramm und dann bin ich fein damit. Ich würde mir wünschen, dass man sagen kann, ey, lieber Hebel, du misst doch eh nur einen Druck. Wenn du da jetzt irgendwie 10 Kilo misst, dann misst doch mal bitte nur 9,8 Kilo. Was bedeutet, da ist nicht so viel Druck. Das heißt, ich habe ein bisschen weniger da drin. Und weil ich will das. Ich möchte nicht 20 Gramm, ich möchte 17 Gramm. Also, dass sie ein bisschen investieren, fände ich ganz cool. Wir haben hier keinen Druckanzeiger. Punkt. Ich finde es völlig in Ordnung, weil die Maschine sagt mir ja, es lief zu schnell, es lief nicht zu schnell. Ganz ehrlich, für die Leute, die ich kann die immer wieder nur in den Mittelpunkt holen, die sich so eine Maschine kaufen mit dem Wunsch, einen Step weiter zu gehen als den Vollautomaten. Die brauchen keinen Manometer. Die drücken und wenn es alles in Ordnung ist, dann schmeckt das. Von daher lasse ich das einfach mal so stehen. Es gibt halt einfach nur keine Anzeige für den Druck. Fazit. Schickes Ding. Und es stand auch da die ganze Zeit. Und da wird es doch erstmal wieder stehen. Es ist einfach so herrlich einfach. Und ich meine, die E61 Brühgruppe, die kann eh nicht viel. Die kann an, aus. Das heißt, ich habe da eh nicht die Möglichkeiten, mit Temperaturen zu spielen. Was auch immer. Von daher, hier auch nicht großartig, aber hier ist es einfach. Und die ist vor allem schnell heiß. Das heißt, ich mache die an und mache Kaffee. Fazit als Anfänger, weil ich habe mir die Anfängerbrille aufgesetzt. Ich hatte keine Ahnung, als ich mich vorhin da drangestellt habe und einfach mal gemacht habe. Es hat alles funktioniert. Von daher, was soll ich sagen? Es gibt da nicht viel Negatives zu berichten, außer die paar Punkte, die ich gerade schon gesagt habe. Wobei die auch für Anfänger nicht so wirklich relevant sind. Man wird mit der Maschine top an das Thema herangeführt. Man bekommt ein Gefühl für, was passiert, wenn es zu schnell läuft. Was passiert, wenn zu viel, zu wenig und so weiter. Zumindest mal grob. Man kann die Automatik zumindest mal auch deaktivieren. Das finde ich super, um einfach die Möglichkeit zu kriegen. Auch zu sagen, ich will jetzt aber mal nicht 20 Gramm, sondern nur 17 Gramm. Was passiert denn dann? Kann ich machen. Das heißt, ich bin hier nicht wie bei einem Vollautomaten einfach nur limitiert auf das, was da ist, sondern ich habe schon ein gewisses, schon eine gewisse Möglichkeit, hier so ein bisschen was zu verändern. Von daher ist es echt eine Kaufempfehlung für jemanden, der sagt, ich möchte den Vollautomaten loswerden, weil schmeckt nicht, ist kaputt. Und es ist ja nun mal auch so, dass dieses Thema Siebträgermaschine ist, kommt ja auch in der Bevölkerung an, sage ich mal. Es ist jetzt nichts, was nur noch in den Cafés steht. Riesengroß und teuer und mein Preis-Leistung stimmt bei Sage. Die Barista Express haben nicht umsonst so viele Leute gekauft. Die gibt es im Sale, weiß ich nicht, wenn Sage da irgendwelche Angebote hat für 500 Euro oder unter 500 Euro sogar. Die hier gibt es schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie teuer die sind. Ich meine, die kostet 12,99 oder 11,99 UVP. Ich glaube, wer will, kann sich diese Maschine zu einem unfassbar guten Preis-Leistungs-Verhältnis kaufen. Selbst die UVP ist im Vergleich zu vielen, vielen anderen Espresso-Maschinen einfach echt gut. Klar, es ist keine E61-Brühgruppe. Diese Brühgruppe gibt es seit 1961 und die hält und hält und hält und hält und hält. Da ist nicht viel Elektrik drin, da kann man alles tauschen. Sieht natürlich hier anders aus. Ja, die wird wahrscheinlich nicht 30 Jahre halten, aber dafür ist ja auch nicht gemacht. In 30 Jahren gibt es Weiterentwicklung und wieder Weiterentwicklung und was auch immer. Von daher klare Empfehlungen und ich werde es jetzt wieder da hinräumen, damit ich mir gleich schnell innerhalb von ein paar Sekunden einfach ein Flat White zaubern kann. Ich hoffe, ich konnte euch das Gerät ein bisschen nahelegen und ein bisschen erklären. Und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr abonniert, kommentiert. Vielleicht habt ihr die schon, vielleicht habt ihr andere Kaffeemaschinen von Sage probiert, vielleicht findet ihr die auch super, vielleicht findet ihr die nicht so gut. Wenn nein, warum? Das würde mich richtig interessieren und vor allem würden sich auch die Leute bei Sage darüber freuen. Ich werde jetzt erstmal mit Sage telefonieren in den nächsten Tagen und gucken, wie lange ich dieses Ding noch behalten darf, weil gefällt mir in diesem Sinne. Achso, ich habe das eben noch hier hoch gehalten. Das ist eine ganz, ganz einfache Step-by-Step-Anleitung. Acht Seiten. Sieben, weil eine davon, da steht Sage drauf. Ähm, Quick Start, sagt man glaube ich. Hilft. Und ja, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.